Klimaaktivistin Luisa Neubauer, Anführerin der Fridays-for-Future-Bewegung in Deutschland, hat zum wiederholten Mal scharfe Kritik an Bundeskanzlerin Angela Merkel geübt. Bei einer Veranstaltung der ZEIT in Hamburg sagte die 23-Jährige laut einer Pressemitteilung der ZEIT-Verlagsgruppe, dass Merkel schlimmer sei als US-Präsident Donald Trump. Denn am schlimmsten seien Menschen, die so tun, als würden sie was machen, die Möglichkeit hätten, etwas zu machen, sich aber dagegen entscheiden. Damit bezieht sich Neubauer auf die Forderung von Fridays-for-Future, dass die Erderwärmung bis 2030 1,5 Grad nicht überschreiten dürfe. Am 20. September will sich die Bundesregierung auf ein Klimaschutzgesetz verständigen. Merkel habe so Neubauer unfassbare Möglichkeiten, am 20.09. aber auch darüber hinaus. Trump hatte 2017 verkündet, dass die USA als größter Verursacher von Treibhausgasen aus dem Pariser Klimaabkommen austreten würden. Zudem weicht er Maßnahmen und Beschlüsse zur Reduzierung von Abgasemissionen auf.